So! Das dürft ihr nicht einatmen, den Scheiß! Bitte! Geht mir auf, vergiss von! Mach du! 3, 2, 1! Komm! Komm! He-he! Jetzt will Bexie nicht mehr, wa? Die hat Angst! Oh, Bexie, du armer, mein Kumpel! Mach mit dir jetzt, hast du Angst, wa? Das will ich dir nicht mehr! Das will ich dir nicht mehr! Das will ich dir nicht mehr! Ich glaube, jetzt will der nur noch von uns angesagt werden! Mama! Mama, wie wär's mal mit nem Kanonenschlag? Smockbox! Daniel, wenn die uns um die Ohren fließen, ne? Dann nehmen wir ihm ein bisschen Abstand, die fließen schon nicht um die Ohren! Jaaa! Da bin ich mir nicht sicher! Na, ich hol gleich mal! Du musst ja auch mal ne Hütte aufsetzen! Hm, die Wand flecksen! Gleich kommt die Smockbox! Spockbox! Papa, der ist im선. Haha! Hm, ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ich hab noch Feuer angefangen. Mama! Au! Tschüss, Mama! Au! Mama hat jetzt den Hammer geholt. Mama hat den Hammer. Boah! Das war Klipfel. Kamer! Ich hab den Feuer in der Kamera. Autsch! Hier, Verbrennung in dritten Grades. Verbrennung in dritten Grades! Wenn die Kinder reintun, dann... Ich mach nicht, dass sie uns ein Mikrowellum ordentlich... Dann gehen wir alle hier hin. Wir kommen nicht in den Lücken. 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 ... ... ... ... Ahh! Wollen die mal einen einstieg? Wenn du ihn woanders ziehst... ... Wa-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s. Was-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s. So, jetzt ist es.